Österreich ist ein mitteleuropäischer Binnenstaat mit rund 8,7 Millionen Einwohnern. Die angrenzenden Staaten sind Deutschland und Tschechien im Norden, Slowenien und Italien im Süden, die Slowakei und Ungarn im Osten sowie die Schweiz und Liechtenstein im Westen. Österreich ist ein demokratischer und föderaler Bundesstaat, im Besonderen eine semi-präsidentielle Republik, entstanden nach dem Ersten Weltkrieg als Deutsch-Österreich und wieder errichtet nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner heutigen Form. Seine neun Bundesländer sind Burgenland-Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. Wien ist zugleich Bundeshauptstadt. Österreich ist Gründungsmitglied der 1961 errichteten Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie seit 1995 ein Land der Europäischen Union. Das Land wird von der böhmischen Masse und der Thaia im Norden, den Karawanken und dem steirischen Hügelland im Süden, der panonischen Tiefhymne im Osten und dem Rhein und dem Bodensee im Westen begrenzt. Mehr als 62 Prozent seiner Staatsfläche wird von alpinem Hochgebirge gebildet. Der Begriff Österreich ist in seiner althochdeutschen Form Ostarici erstmals aus dem Jahr 996 überliefert. Zudem war die lateinische Form Austria in Verwendung. 1156 wurde Österreich im Heiligen Römischen Reich ein eigenständiges Herzogtum. Nach dem Aussterben des Geschlechts der Babenberger 1246 setzte sich das Haus Habsburg im Kampf um die Herrschaft in Österreich durch. Das als Österreich bezeichnete Gebiet umfasste seitdem die gesamte Habsburger Monarchie sowie später das 1804 konstituierte Kaisertum Österreich und die österreichische Reichshälfte der 1867 errichteten Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Die heutige Republik entstand ab 1918 nach dem für Österreich-Ungarn verlorenen Ersten Weltkrieg, als die Siegermächte die Vereinigung Deutsch-Österreichs mit der Weimarer Republik verhinderten. Vom sogenannten Anschluss 1938 an dem Wechsel von der Ständestaatsdiktatur in die nationalsozialistische, war Österreich bis 1945 Teil des Deutschen Reiches. Von den Siegern des Zweiten Weltkriegs neuerlich als eigenständiger Staat errichtet, erklärte Österreich nach dem Ende der Besatzung 1955 seine dauernde Neutralität und trat den Vereinten Nationen bei. 1995 wurde Österreich Mitglied der Europäischen Union. Geografie Hauptartikel Geografie Österreichs Österreich erstreckt sich in westöstlicher Richtung über maximal 575 in nord-südlicher über 294 Kilometer. Etwa 60 Prozent des Staatsgebietes sind gebirgig und haben Anteil an den Ostalpen. Deshalb wird das Land umgangssprachlich auch Alpenrepublik genannt. Nördlich der Donau liegt in Ober- und Niederösterreich das Granit- und Gneisplateau Teil des alten Rumpfgebirges der böhmischen Masse, dessen Ausläufer bis nach Tschechien und Bayern reichen jenseits der Ostgrenze schließen die kleinen Karpaten an. Die großen Ebenen liegen im Osten entlang der Donau, vor allem das Alpenvorland und das Wiener Becken mit dem Machfeld, sowie in der südlichen Steiermark. Die Südsteiermark wird wegen ihrer Landschaftsinnigkeit zur Toskana auch steirische Toskana genannt. Das Burgenland östlich des Alpenkarpatenbogens läuft in die panonische Tiefähne aus und weist sowohl landschaftlich als auch klimatisch eine starke Ähnlichkeit zum östlichen Nachbarnungan auf, zu dem es bis 1921 gehörte. Von der Gesamtfläche Österreichs mit 83.879 Quadratkilometern entfällt etwa ein Viertel auf Tief- und Hügeländer. Nur 32% liegen tiefer als 500 Meter, 43% der Landesfläche sind bewaldet. Die fünf Großlandschaften Österreichs Ostalpen, Alpen- und Kapartenvorland, Vorland im Osten-Randgebiet des panonischen Tieflands, Granit- und Gneisplateau, Mittelgebirgsland der böhmischen Masse, Wiener Becken, Tiefsterpunkt. Siehe auch, die höchsten Berge in Österreich sind Dreitausender und befinden sich in den Ostalpen. Mit 3.798 Metern ist der Großglockner in den Hohntauern der höchste Berg. Es gibt mit Nebengipfeln fast 1.000 Dreitausender in Österreich. Die Gebirgslandschaft ist von großer Bedeutung für den Tourismus. Es gibt viele Wintersportgebiete. Im Sommer bieten sich Möglichkeiten zum Bergwandern und Klettern. Siehe auch, der größte See ist der Neusiedlersee im Burgenland, der mit ca. 77% seiner Gesamtfläche von 315 Quadratkilometer in Österreich liegt, gefolgt vom Attersee mit 46 Quadratkilometer und dem Traunsee mit 24 Quadratkilometer in Oberösterreich. Auch der Bodensee mit seinen 536 Quadratkilometer am Dreiländereck mit Deutschland und der Schweiz liegt zu einem kleinen Anteil auf österreichischem Staatsgebiet. Allerdings sind die Staatsgrenzen auf dem Bodensee nicht exakt bestimmt. Für den Sommertourismus in Österreich haben die Seen neben den Bergen große Bedeutung, insbesondere die Kärntner Seen und jene des Salzkammerguts. Die bekanntesten sind der Wörthersee, der Milstädtersee, der Ossiachersee und der Weißensee in Kärnten. Weitere bekannte Seen sind Mondsee und Wolfgangsee an der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich. Siehe auch, ein großer Teil Österreichs wird direkt über die Donau zum Schwarzen Meer entwässert, rund ein Drittel im Südosten über die Moordrau, und folglich dann wieder über die Donau zum Schwarzen Meer, kleine Gebiete im Westen über den Rhein in den Atlantik und im Norden über die Elbe zur Nordsee. Die großen Nebenflüsse der Donau, Lech Isar und in Münden in Bayern in die Donau. Sie entwässern Tirol, die in den inmündende Salzach entwässert. Salzburg, Traunens, Ips, Erlauf, Pilach, Treisen, Wienfluss und Fischar entwässern die südlich der Donau gelegenen Gebiete Oberösterreichs, der Steiermark, Niederösterreichs und Wiens. Große und kleine Mühltrodel, Gusen und Aist, Kamp, Köllersbach und Rußbach sowie Thaia an der Nord- und Mach an der Ostgrenze entwässern die nördlich der Donau gelegenen Gebiete Ober- und Niederösterreichs. Die Mure entwässert den Salzburger Lungau und die Steiermark, sie mündet in Kroatien in die Drau, die wiederum Kärnten und Osttirol entwässert. Die Drau mündet in Kroatien an der Grenze zu Serbien in die Donau. Der Rhein entwässert die größten Teile vor Albergs, durchfließt den Bodensee und mündet in die Nordsee. Die Leinsitz ist zwar aufgrund ihrer Größe nicht von Bedeutung, ist jedoch der einzige österreichische Fluss, der von Niederösterreich über Tschechien zur Elbe entwässert. Siehe auch, Österreich besteht aus neun Bundesländern, Wien als Bundeshauptstadt ist eines davon. Die Länder gliedern sich in 80 Bezirke, darunter ist die Gemeindeebene. Insgesamt gibt es 2100 Gemeinden, davon sind 15 Statutastädte, welche die Bezirksverwaltung selbst ausüben. 1 Wien gliedert sich in eine Stadt, eine Gemeinde bzw. in 23 Gemeindebezirke. Städte und Ballungsräume Das mit Abstand größte Siedlungsgebiet in Österreich ist die Metropolregion Wien mit einer Einwohnerzahl von 2,4 Millionen. Damit konzentriert sich mehr als ein Viertel der Bevölkerung des Staates in der Hauptstadtregion. Weitere größere Stadtregionen umgeben die Landeshauptstädte Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck. Zu den wichtigeren Städten zählen weiters Feldkirch, Dornbirn und Bregenz, Villach und Klagenfurt, Welz, Sankt, Pölten und Wiener Neustadt. Insgesamt besitzen 201 Gemeinden sehr unterschiedlicher Größe das Recht, sich Stadt zu nennen. Nur bei den 15 Statutastädten ist dies von verwaltungsrechtlicher Bedeutung. Städte und Ballungsräume siehe. Auf österreichischem Staatsgebiet findet sich mit dem Kleinwalzertal eine funktionale Enklave Deutschlands. Das Kleinwalzertal gehört zwar zu Vorarlberg und grenzt geografisch direkt an dieses, ist aber aufgrund der topografischen Lage auf Straßen nur über Deutschland zu erreichen. Eine weitere funktionale Enklave Deutschlands ist die Gemeinde Jungholz in Tirol, die von Österreich aus nicht erreichbar und nur durch den 1636 Meter hohen Sorgschrufen mit Österreich verbunden ist. Die Saalförste sind österreichisches Staatsgebiet, stehen aber privatrechtlich im Eigentum des Freistaates Bayern. Im Gegensatz zu ähnlichen funktionellen und geografischen Enklaven wie das Kleinwalzertal oder Jungholz, ist hinteres kein Zollanschlussgebiet zu Deutschland. Eine funktionale Enklave Österreichs bestand früher auf schweizerischem Staatsgebiet. Die Schweizer Gemeinde Samnaun war lange Zeit auf dem Straßenweg nicht aus der Schweiz, sondern nur über Österreich zu erreichen. Dies führte dazu, dass die rhetoromanische Sprache im 19. Jahrhundert aufgegeben und stattdessen ein dem tirolerischen ähnlicher Dialekt angenommen wurde. Mittlerweile gibt es zwar eine Schweizer Straße nach Samnaun, doch besteht nach wie vor eine einst errichtete Zollfreizone. Einen ähnlichen Status wie Samnaun hatte bis 1980 die Gemeinde Spiss im österreichisch-schweizerischen Grenzgebiet. Sie war lange Zeit nur über Samnaun erreichbar und hatte mit starker Abwanderung zu kämpfen, weil sie im Gegensatz zu anderen Enklaven kaum wirtschaftliche Entfaltungsmöglichkeit bot. Zudem bildet innerösterreichisch der Bezirk Lins eine Exklave des Bundeslands Tirol. Natur Aufgrund der verschiedenartigen Topografie in Österreich kommt sowohl in der Flora als auch in der Fauna eine große Anzahl von Arten vor. Um diese zu schützen, wurden in den letzten Jahrzehnten sechs Nationalparks und zahlreiche Naturparks verschiedener Kategorien errichtet. Auch bei den UNESCO-Welterbegütern sind zahlreiche Flächen nicht nur als Kulturerbe, sondern auch als Naturerbe ausgewiesen. Flora Österreich gehört zum Großteil der mitteleuropäischen Florenregion an. Nur das östliche Niederösterreich, Wien und das nördliche Burgenland sowie einige inneralpische Trockentäler als Exklaven zählen zur panonischen Florenprovinz, die wiederum den westlichsten Teil der südsibirisch-bontisch-panonischen Florenregion darstellt. Beide Regionen sind Teil des holaktischen Florenreiches. In den alpinen Gebieten weicht die Flora so stark ab, dass sie einer eigenen Alpischen und der Florenregion zugerechnet wird. In einigen klimatisch warmen Gebieten ist ein deutlicher submediterraner Einfluss erkennbar. In Österreich wachsen 3165 Vollstatus-Gefäßpflanzenarten. Dazu kommen rund 600 häufige auftretende kultivierte und eingebürgerte sowie ausgestorbene Arten. Inklusive Unterarten treten in Österreich 3428 Elementargefäßpflanzentaxa auf. Dies sind beispielsweise um rund 300 Elementartaxa mehr als im flächenmäßig ungefähr 4 in Viertel mal so großen Nachbarland Deutschland. Begründet ist diese relative Artenvielfalt darin, dass Österreich einen Anteil an mehreren sehr verschiedenen Großnaturräumen hat. Dem panonischen Gebiet, der böhmischen Masse, der Flora der Alpen, den Kärntnerbecken und Talandschaften, dem nördlichen und südöstlichen Alpenvorland sowie dem Rheintal. 1187 Pflanzenarten stehen auf der roten Liste. Zudem wachsen in Österreich einige hochgradig seltene Endemeiten wie etwa das Dickwurzellöffelkraut, insbesondere das Edelweiß. Der Glockenentian und die Aurickel gelten als nationale Symbole, wie wohl sie nicht für ganz Österreich typisch sind und nur im Alpengebiet, auftreten und sind auf österreichischen Münzen abgebildet. Fauna ungefähr 45.870 Tierarten kommen in Österreich vor, wovon 98,6% wirbellose Tiere sind. 10.882 Arten wurden bisher auf eine mögliche Bestandsgefährdung bewertet. Daraus resultierend wurden 2.804 Spezies auf die nationale rote Liste gefährdeter Arten gesetzt. Die Verbreitung der Tiere ist von den naturräumlichen Gegebenheiten abhängig. Im Alpenraum sind Gämsen, Hirsche und Greifvögel vertreten in der Donauebene. Im Vorarlberger Rheintal und am Neusiedlersee leben Storch und Reier. Historisch waren Eurasischer Luchs, Braunbär und Waldrab ebenfalls präsent. Seit den 1960er Jahren wird verstärkt versucht, diese Arten wieder anzusiedeln. Österreich liegt in einem geologisch aktiven Gebiet. Im Osten und Südosten Österreichs sind heiße Quellen ein Indiz für andauernde vulkanische Aktivität. Es ist nicht verwunderlich, dass es auch immer wieder zu Erdbeben kommt. Durchschnittlich werden 600 Erdbeben in Österreich registriert, von denen mehr als die Hälfte durch Sprengungen verursacht werden. 30 bis 60 Beben werden von der Bevölkerung wahrgenommen. Beben, die Gebäudeschäden verursachen, kommen in unregelmäßigen Abständen vor. Durchschnittlich und stark gerundet ereignen sich alle drei Jahre ein Erdbeben mit leichten Gebäudeschäden, alle 15 bis 30 Jahre mit mittleren Gebäudeschäden und alle 75 bis 100 Jahre ein Erdbeben, das auch vereinzelt zu schweren Gebäudeschäden führen kann. Erdbeben kommen in Österreich in bestimmten Regionen vor. Solche mit einer Epizentralintensität von über Grad 7 sind selten. Es sind aber mehrere Erdbeben dieser Klasse bekannt. Meistens ereignen sich Erdbeben im Wiener Becken, Mürztal und im Inntal. Indirekt ist der südliche Teil von Kärnten durch Erschütterungen jenseits der Grenze in Italien und Slowenien gefährdet. Legende Klima Hauptartikel Das Klima in Österreich lässt sich nach der deskriptiven Klassifikation den warmgemäßigen Regenklimaten der feucht-kühlgemäßigen Zone zuordnen. Im Westen und Norden Österreichs herrscht ozeanisch beeinflusstes, oft von feuchten Westwinden geprägtes Klima vor. Im Osten überwiegt hingegen panonisch-kontinental ihres niederschlagsames Klima mit heißen Sommern und kalten Wintern. Besonders in den Südalpen ist der Einfluss niederschlagsreicher Tiefdruckgebiete aus dem Mittelmeerraum spürbar. Tatsächlich ist das regionale Klima Österreichs von der alpinen Topografie stark überprägt. Häufig bestehen innerhalb kurzer Entfernungen und geringer Seehöhenunterschiede beträchtliche klimatische Unterschiede. Mit zunehmender Seehöhe sind zunächst boreales und tunderen Klima in den Gipfelbereichen sogar polares Klima anzutreffen. Nicht nur der Alpenhauptkampf fungiert als Klimascheide. Sonnenreiche Föhntäler stehen nebelanfälligen Beckenlandschaften, niederschlagsreiche Gebirgsränder stehen inneralpinen Trockentälern gegenüber. Lufttemperatur Der Gesamtbereich des Jahresmittels der Lufttemperatur reicht in Österreich von über 11 Grad Celsius in den inneren Bezirken Wiens bis unter minus 9 Grad Celsius auf dem Gipfel des Großglockners. In den dicht besiedelten Niederungen liegt es größtenteils zwischen 8 Grad Celsius und 10 Grad Celsius. Das Flächenmittel beträgt 6,0 Grad Celsius. Die 0 Grad Isotherme liegt im Jahresmittel in einer Seehöhe von etwa 2200 Meter. In abgeschlossenen Becken, Tälern und Mulden unter 800 bis 1200 Meter Seehöhe treten im Winterhalbjahr häufig Temperaturzunahmen mit der Höhe auf. Während im Großteil Österreichs Jänner und Juli im Durchschnitt der kälteste und wärmste Monat des Jahres sind, trifft dies im Hochgebirge auf den Februar und August zu. Das langjährige Jänner-Mittel der Lufttemperatur liegt in den Flachlandschaften des Ostens zwischen 0 Grad Celsius und minus 2 Grad Celsius und sinkt in rund 1000 Meter Seehöhe minus 4 Grad Celsius bis minus 6 Grad Celsius. Der tiefste Wert im Bereich der höchsten Gipfel ist rund minus 15 Grad Celsius. Im Juli schwanken die langjährigen Mittelwerte im Osten zwischen 18 Grad Celsius und 20 Grad Celsius und in 1000 Meter zwischen 13 Grad Celsius und 15 Grad Celsius. Am Großglockner wird auch im Hochsommer im Mittel die Nullgradgrenze nicht überschritten. Niederschlag bei den häufigen West- bis Nordwestlagen liegen der Bregenzerwald und die gesamten nördlichen Kauk-Alpen im Luf. Ähnliches gilt für die Gebirge an der Südgrenze Österreichs die bei Anströmung aus dem Mittelmeerraum intensive Stauniederschläge erhalten. Gemeinsam mit den zentralalpinen Hohentauern erreichen die gemessenen Jahresniederschlagsummen in den genannten Regionen im langjährigen Durchschnitt um 2000 Millimeter, vereinzelt an die 3000 Millimeter. Im Gegensatz dazu erhalten das östliche Waldviertel, das Weinviertel, das Wiener Becken und das Nordburgenland weniger als 600 Millimeter Niederschlag im Laufe eines Jahres. Als niederschlagshärmster Ort Österreichs kann Ritz mit knapp unter 450 Millimeter genannt werden. Das Flächenmittel Österreichs beträgt etwa 1100 Millimeter für das Jahr. Auf das Sommerhalbjahr entfallen etwas mehr als 60 Prozent der Jahressumme, auf das Winterhalbjahr dementsprechend etwas weniger als 40 Prozent. Diese Niederschlagsverteilung erweist sich in Hinblick auf die Vegetationsentwicklung als sehr günstig, Während im überwiegenden Großteil des Landes der niederschlagsreichste Monat konvektionsbedingt auf den Juni oder Juli fällt, bildet das Kärntner Lesachtal die einzige Ausnahme. Mit einem primären Niederschlagsmaximum im Oktober ist es dem mediterranen Niederschlagsklima so so rechnen. Der Schneereichtum ist hauptsächlich von der Seehöhe sowie von der Lage des Gebietes relativ zu den Hauptströmungsrichtungen abhängig und variiert, Dementsprechend stark, während im österreichischen Flächenmittel im durchschnittlichen Jahr etwa 3,3 Meter Neuschnee fallen, sind es bei Krems nur 0,3 Meter, am Sonnenblick hingegen 22 Meter.